Roland Kaiser, er hat eine sehr prominente Verehrerin.Roland Kaiser ist ein Frauenschwarm. Er ist charmant, gut aussehend und ein Gentleman durch und durch. Egal, wo der 71-Jährige auftritt, er hat die Herzen der Damen in seiner Tasche. Da kann es schon mal vorkommen, dass auch prominente Frauen mal schwach werden.Die Suche nach der wahren Liebe gestaltete sich für Roland Kaiser nicht immer einfach. Nach zwei gescheiterten Ehen und einigen Enttäuschungen war er lange Zeit auf der Suche nach der perfekten Partnerin. Doch dann trat Silvia in sein Leben und alles veränderte sich. Silvia, eine charmante und kluge Frau, eroberte das Herz des Frauenschwamms im Sturm. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und hatten eine ganz besondere Verbindung. Es war offensichtlich, dass sie füreinander bestimmt waren. Der 71-Jährige ist heute mit seiner Silvia glücklich, trotzdem gibt es viele Frauen, die ihn bewundern. Unter ihnen, TV-Moderatorin Sandra Maischberger ausrufe Zeichenpunkt in einem Fanmagazin, das der limitierten Edition seines Albums neue Perspektiven beiliegt. Gut, Maischberger zu, ich habe bereits drei, vier Roland Kaiser Konzerte besuchen dürfen. Punkt, 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 dort steht ein Mann, vor dem man nur den Hut ziehen kann, übrigens auch mit Blick auf seinen Anzug, diesen drei Teilen, den er unabhängig von der Temperatur immer trägt. Maischberger und Kaiser kennen sich allerdings bereits eine Weile, sowohl in ihrer Talkshow, ARD, als sich in ihrem Podcast trafen die beiden aufeinander. Maischberger ist übrigens ebenfalls glücklich und ist seit 1994 mit dem Kameramann Jan Kerhart verheiratet.